ARD Text im Auftrag von Funk Freunde, ich hab euch heute herbestellt, weil das Minis neues Haus ist. Ich will sie mit einem neuen Anstrich überraschen, bevor sie zurück ist. Ui, Donnerwetter. Wir verwandeln das in das hier. Es soll weiße Punkte haben, einen Hut mit einer Blume und eine schnucklige Schleife. Oh, Mini wird mich knuddig-knuddeln und k-k-k-kürsen. Ah! Ja, ich hör's mit eurem Arbe-Inspecionate. Das ist sehr gut, aber ich muss mich erst mal inspirieren lassen. Oh, nein, 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 nein. Ich hab alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts weiter als Pünktchenfarbe, einen altmodischen Malpinsel und in Nullkommanichts sind wir fertig. Wie du es immer? Ganz wie du willst. Das ist ja kinderleicht. Hey, Micky, ich bin fertig. Was? Wirklich schon? Ich hab mich inspirieren lassen. Das war geradezu mystisch. Ah! Der Plan waren weiße Punkte. Schon vergessen? Weiße Punkte! Jetzt nimm die Farbe und übermal das! Kunstbanause. Warum malst du denn nicht? Nimm den Pinsel, komm schon. Das ist Zeitverschwendung. Das wird das überraschen. Warte eine Sekunde, mein Freund. Hey, Micky, ich brauch mehr Farbe. Was denn schon? Wie hast du das ge- Sieht gut aus, was, Micky? Was ist denn bloß los mit euch? Ich hab so eine Power! Nein! Das war tatsächlich das Smarter. Warum könnt ihr euch nicht an den Plan halten? Das ist Smarter! Das ist Smarter! Das ist Smarter! Du machst alles kaputt! Nein, du! Nein, du, Donald! Wow, wow, wow! Wer hat was von Pause gesagt? Während ihr euch amüsiert, male ich hier wie ein Verrückter. Oh, Mini wird es lieben! Es ist so schnuckelig, schnuckelig! Schnuckelig, schnuckelig? Oh, was habt ihr mit mir gemacht? Casa la vista, Baby! Oh je, was machen wir denn jetzt? Mein Haus! Hat weiße Punkte, einen Blumenhut und eine schnuckelig, schnuckelige Schleife! Ich liebe es! Es ist die umwerfendste Überraschung in der Geschichte aller Überraschungen! Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es! Wenn das Minis Haus ist, wissen... Hey! Wo ist denn mein Haus hin? Oh, ich bin froh, dass du dein Haus magst, Mini! Hey, geh wieder rein, wir streichen die Wände! Was meinst du? Haha! Hey! Ich liebe es! Untertitelung. BR 2018